Beta-Sonne. Und wir kommen dem Ende immer näher. Jetzt sind wir aus der Drachenhöhle geflüchtet. Ich weiß gar nicht, ob Jodie und Ryan es überhaupt geschafft haben. Die waren ja ziemlich durchgefroren, nachdem sie sich dann doch wieder versöhnt haben. Und ich hab irgendwie Angst. Also viel kommt nicht mehr, wenn wir uns jetzt auch die Leni hier angucken. Ich glaub... Der Kondensator in Karzistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Das ist ja typisch Amerika, ne? Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Die wissen, wie gefährlich das ist. Jetzt auch wieder durch, ähm... Ja, die Asiaten dabei. Ist denen ja egal, ne? Hauptsache, wir können es erobern. Was vielleicht alle draufgehen? Ist ja Wurst. Ach, ich hasse was. Oh, einmal rein. Mit seiner sexy Augenklappe. Das macht mich voll traurig jetzt. Komm mir nicht wieder rein, schade. Ja, und sonst weiß ich auch nichts. Jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht, ne? Aber wenn die echt so blöd sind und wieder eine Kluft aufmachen, wo wir... Guck mal, eine andere Welt erobern. Sorry, dann sind die echt bescheuert. Die wissen, wie gefährlich diese Monster sind, ne? Aber Hauptsache, erobern, erobern. Uns, uns, meins, meins. Ich hasse Amerika manchmal so. Ich glaube, ich kann hier grad nix machen, ne? Da hab ich so einfach so rein, rein. Genau, komm. Aber ist Jodie noch bei der CIA? Aber eigentlich sollten wir ihn ja nur bei der einen Mission halten, dann wollten wir uns in Ruhe lassen. Diese Pentagon-Obermarker können ganz schön helfen, hm? Hm. Oh. Oberbosse und ihre tollen Spielzeuge. Ich musste da jetzt raus. Mein Erbrochenes versaut sonst noch den Teppich. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Wir dachten, wir würden das Richtige tun. Aber unser Einsatz, er war... Er verleiht dem Pentagon allein die Kontrolle über die Infrawelt. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Ich brauch Zeit, um... ...es herauszufinden. Herauszufinden, was ich will. Und was ist mit dir? Na ja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzen-Auto, Golfspielen. Ich hab noch nicht Ja gesagt, aber natürlich... ...denke ich drüber nach. Hör mal. Jodie, ich... ...ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich hab sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Hm. Ob das so gut ist. Ich meine, nach allem... ...nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Ich würde ja gern akzeptieren, ne? Versuchen wir es. Na komm. Warum nicht? Ich werde einfach alles dafür tun, damit du glücklich wirst mit mir. Und das alles hier zählt mit mir. Ah, da steckst du. Wer ist in Sucht nach dir? Komm mit. Ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich hab einen Single Malt bei mir stehen. Ein feines Stöpfchen. Kommst du gleich nach? Na, sowas kann ich doch nicht ablehnen. Gut. Wir sehen uns später. Los, komm, Jodie. Nathan wartet. Hm. Ich hoffe einfach, dass wir Ryan jetzt auch vertrauen können. Diesmal wirklich. Mann, Jodie hat es ja verdient. Und Aiden muss es hoffentlich akzeptieren. Ist eben so eine kleine Dreiecksbeziehung. Ryan ist ein guter Kerl. Und ich glaube, er mag dich wirklich sehr. Ich hoffe nur, dass Aiden das auch versteht. Jetzt bin ich gespannt, aber ich bin immer noch nicht damit zufrieden, dass, ähm, ja, wie jetzt so gesehen die Einzige, die Amerika, ähm, Amerika, Amerikaner, okay, da komme ich nicht rein, so gesehen die Einzigen sind, die das jetzt kontrollieren können. Und ich glaube nicht, dass die, ähm, gute Pläne damit haben. Und wir wissen, was für Kreaturen da rauskommen können. Das kann mal ganz schnell das Ende der Welt bedeuten, wenn er mich fragt. Aber, nein, mich fragt eh keiner, ich weiß. Ich bin ja nur die Kirche. Ja. Was will Nathan jetzt von uns? Was immer Nathan sagt, pass auf. Okay. Dann wird der Typ mir unheimlich. Also auch der Nathan, weil... Früher war der ja immer noch für uns da, aber... Seit er hier mit dem Projekt was zu tun hat, habe ich ein bisschen... Habe ich ein bisschen Sorge, dass da noch mehr in das steckt mit dem Typen. Jodie. Es ist so schön, dich zu sehen. Obwohl er ja doch wie ein Vater für uns war, aber... Hm. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Was heißt das jetzt? Neue Ausweisung. Du heißt jetzt Elisabeth North. Neue Identität, neues Leben. Lizzie. Ich werde von Lizzie zurückholen. Hm. Oh, fuck. Okay. Danke. Ey, wir haben genug für die getan, ja? So. Bevor du gehst. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. wollte ich ja auch sterben. Ich weinte viel. Ich hab mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich hab erkannt, sie waren noch hier die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Helen? Laura? Ihr beide fehlt mir so sehr. Fuck. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jodie. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die es schaffen kann, Jodie. Oh Gott. Gib mir deine Hände. Naja, das geht ja noch, solange es gut geht jetzt. Aber die werden ihm sicher nichts Nettes sagen. So wie die aussehen. Ich meine, er sperrt die einfach. Nein, das ist doch... Ich meine, ich kann ihn ja verstehen irgendwo. Das ist ja auch schlimm, aber es ist doch nicht in Ordnung. Man muss sie doch auch gehen lassen. Das ist doch wie eine Hölle für die. Oder schlimmer. Lass uns gehen, Nathan. Du tust uns weh. Wir wollen endlich gehen. Lass uns, lass! Du lügst. Du lügst. Helen hat das nicht gesagt. Du warst das. Du lügst sie fest. Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr. Du lügst. Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein. Mensch. Nathan. Ich weiß, was du fühlst. Du weißt überhaupt nicht von meinen Gefühlen. Gar nichts. Verstehst du? Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Scheiße. Jesus. Scheiße. 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 Ich wollte jetzt auch nicht kalt zu ihm sein, weil ich verstehe ihn schon. Das ist ja auch schlimm, wenn man jemanden verliert, aber das, was er tut, ist nicht in Ordnung. Dem ist es eigentlich egal, was Amerika damit macht, jetzt mit der Kluft hier und ob die ganze Welt runterleide oder drauf geht. Hauptsache, er kann seine Familie wiedersehen, die dann aber auch noch leiden muss, davon abgesehen, ne? Weil sie da festhalten. Oh, ich kicke dich nicht drüber aufregend, das bringt nichts. Das Spiel bringt mich um, es bringt mich langsam um, um. Und würdet ihr sowas machen, also wie Nathan, nur um irgendwie ein bisschen mit denen, in Anführungsstrichen, wieder vereint zu sein? Ja, die so als Geister in der Maschine festhalten, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, also ich finde das nicht in Ordnung. Hä? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Wie wollte ich mich gehen lassen, ihr Arschlöcher? Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können sie nicht gehen lassen. Töten können wir sie auch nicht. Dann warten sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei ihrer Mutter. Willst du mich jetzt verarschen? Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer... ...Kooperation. Ihr Wichser. Auf Wiedersehen, Jordan. Die hatten nie vor, uns gehen zu lassen. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für ihr Leben. Die hatten nie vor, uns gehen zu lassen, Alter. Die haben uns die ganze Zeit nur benutzt, ne? Und... Ob Nathan das wusste? Ob Nathan wusste, was, was, was die planen mit ihr? Alter, es ist... ...Hilfe mir nicht. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod, vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Sie, wie ihr auf der anderen Zeit seid. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jodie. Alles wird... ...einfach perfekt sein. Der dreht komplett am Rad jetzt auch noch. Ich mochte ihn ja früher noch, ne? Aber mittlerweile, der ist verrückt.